Die FMJ-Munition war eigentlich schon immer die zweitbeste Munition, die man für die MP7 wählen konnte. Und jetzt auf einmal kommen viele Stimmen in den Chat und sagen, ey, Nico, probier doch mal die Subsonic-Munition aus für die FMJ, das Ding ist ein absoluter Laser. Hat mich natürlich direkt am Anfang mal verwirrt, weil der grundlegende Unterschied zwischen der Subsonic-Munition und der FMJ-Munition ist halt ein kleiner Unterschied vom Pen-Value her. Allerdings hat die Subsonic-Munition nicht genug Penetration, um durch eine 4er-Armor durchzukommen. Die FMJ-Munition allerdings schon. Die Stimmen an der Stelle im Chat wurden eindeutig immer und immer lauter. Also was habe ich gemacht? Ich habe einen ganzen Stream lang die MP7 nur mit der Subsonic-Munition getestet, um einfach den Spielfluss zu checken, wie es sich denn insgesamt so anfühlt. Die Subsonic-Munition an der Stelle vorweg hat eigentlich nur positive Werte, unter anderem auch einen reduzierten Recoil-Wert auf der Munition selber. Das heißt also, tatsächlich hat die MP7 eindeutig bessere Recoil-Werte bekommen, als ich das Ding gespielt habe. Das folgende Gameplay wird, glaube ich, darstellen, dass die Subsonic-Munition vielleicht doch mehr Viable ist, als wir es vielleicht zuerst auf dem Schirm hatten. Bevor es damit allerdings losgeht, für die Leute, die neu hier sind, ich bin der Niko, du Twisted, schönes am Start seid. Ich streamer aktuell von Montags, Freitags von 9 bis ca. 16 Uhr live auf Twitch. Würde mich freuen, wenn ihr da vorbeischauen würdet. Und ansonsten, wenn ihr neu hier seid, würde ich mich natürlich auch über ein Like, Kommentar und kostenloses Abo natürlich freuen. Gerne natürlich auch mit Feedback zum Video. Aber jetzt an der Stelle erstmal viel Spaß mit dem Gameplay und good luck an neuen Raids. Hm, wir haben wohl scheinbar kein warmes Wasser grillen. Komische Dinge, die hier passieren. Was ist denn da los? Und heute Morgen auch schon Probleme. Die Dusche war ein bisschen kälter heute Morgen, muss ich sagen. War ein bisschen kacke. Muss noch mal gucken, Mann. Uncoole Geschichte. Gut fürs Immunsystem. Tag ist gelaufen, oh no. Ja gut, aber dann gucke ich mal, dass ich danach einmal gucke. Aber da hatten wir gestern Abend ja auch schon die Probleme, ne Schatz? Huh, ins Gesicht, bro. GG Heimwerker Nico sieht sich das mal an Ne, ne Heimwerker Nico Gib dem Vermieter Bescheid Das ist so Heimwerker Nico Style, you know Freunde, ich muss allerdings auch sagen So ein bisschen das Gefühl, dass wir aktuell Ja, wir kommen auf Lighthouse echt ganz gut klar mit der Subsonic Money Aber ich kann sie ja nicht so geil testen, wie ich es wollen würde Weil halt weniger Leute mit Armor halt rumlatschen, you know Ich hab's ja beim ersten nicht gedroppt Okay, guys Kobe Die Frage ist nur, ist er durch den Aufprall auf dem Kopf gestoppt oder durch die Explosion? Das ist die richtige Frage, ja Entspannende Runde Bis jetzt Keine einzige Situation, wo ich sagen würde, dass Subsonic irgendwie ein Nachteil gewesen wäre So klar, wenn ich jetzt gleich noch eine Alten treffen werde Dann wird's ein bisschen kreativer Aber ansonsten Also ich muss sagen, bis jetzt Bis jetzt bin ich ein Fan Mal gucken, wie lang noch Gut Schauen wir mal Das finde ich besser als Subsonic oder wie die heißt Äh, Louis, das testen wir gerade Das testen wir gerade Sagen wir es so Wenn man ein Aim hat, funktioniert sie Ändert nichts daran, dass ich aktuell keine Ahnung habe, wo der dritte ist Ich habe den Jump eben unten in der 1 gehört Das heißt, der dürfte wahrscheinlich irgendwo Entweder im L hinten stehen Wenn der noch in der 1 ist Er ist entweder Oder er ist draußen in den Büschen Oder er ist da irgendwo bei dem Bett in der Ecke Ah, da ist er Catch a grenade for ya Did you catch it? Take that as a no, DG's GGS Drei hat ihm gehuippt Sag mir, willst du das auch über Wolf gesungen hast? Natürlich habe ich das über Wolf gesungen, Alter What do you mean? Please like and subscribe the video F für mich bitte auch Das ist ein Spieler Drei hat ihm gehuipt